Musik Hallo zu Inside Politics, heute aus dem Europahaus in Wien. Und dieser Mann ist Mag. Peter Klien, das ist glaube ich korrekt? Absolut korrekt, grüß Gott. Und Sie sind Ihres Zeichens Satiriker, Reporter für den ORF kann man auch so sagen und eines der Gesichter vom Willkommen Österreich. Alles vollkommen korrekt. Noch einmal schönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, wann immer Sie zuschauen. Genau. Wie sehen Sie die aktuelle Lage? Sie haben heute mit Ihrem Team auch sich das Wahlergebnis oder sagen wir mal so die Prognose zum Wahlergebnis angesehen. Was ist so die Stimmungslage und wie bewerten Sie das? Ja, ein bisschen überraschend, dass die FÖ unter Anführungszeichen nur 2% verloren hat. Das macht ein bisschen den Anschein, als wäre es eh schon wurscht, was man macht. Einen gewissen Bodensatz wird man immer mitnehmen können an Fans. Das hat mich doch überrascht. Überrascht auch diese massiven Zugewinner der ÖVP. Ich bin schon davon ausgegangen, dass die das gewinnen werden. Dass die auch dazugewinnen werden, dass sie so massiv dazugewinnen. Das ist überraschend, aber sicher aus meiner Sicht ein Signal für die Nationalratswahl. Nationalratswahl ist der Stichwort. Im September werden wir schon wieder wählen. Kommen wir langsam aber sicher so in den Modus wie Wendy, so nach dem Motto, ist eh schon egal. Die fünf Jahre Legislaturperiode gehen sie nicht mehr aus. Wir wählen, wann wir wollen. Ja, aber Sie haben es ja gehört, Journalisten sind die größten Huren auf dem Planeten. Die freuen sich natürlich, wenn sich was tut. Und Satiriker sind die zweitgrößten Huren auf dem Planeten, freuen sich auch. Aber natürlich wird man auch nichts dagegen haben, wenn er mal durchgearbeitet werden könnte. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Sie sind ja, glaube ich, auch lektor auf der Universität Wien. Wie sehen Sie das sozusagen vom professionellen Standpunkt her, unabhängig jetzt von der Satire, als Lehrer, als jemand, der zukünftige Generationen von Studenten oder, sagen ich mal, von zukünftigen Akademikern auf den Alltag vorbereiten soll? Wie meinen Sie, was sieht man da genau? Ja, was ich da meine, ist Moral. Ja, nachdem ich auf der Philosophie unterrichtet habe, ich habe das jetzt eingestellt, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe. Die Auftritte waren so viel in den letzten beiden Jahren und jetzt kommt die eigene Fernsehshow noch dazu. Deswegen habe ich das jetzt mal auf Eis gelegt. Aber natürlich sind die Vorfälle, die in dem Ibiza-Video aufgedeckt sind und viele andere Dinge, die mit Politik zu tun haben, sind natürlich schon so gestaltet, dass sich die Durchschnittsbürger denken müssen, ja, wie geht es denen eigentlich? Und dass Moral halt eine Kategorie ist, die man sich vielleicht wünschen würde im politischen Alltag, überhaupt im Leben, aber natürlich nirgendwo das gelegende Vorbild dafür findet. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen ein Problem. Glauben Sie, dass es da mehr Regeln braucht, so nach dem Motto, Regulierung wäre eine Errungenschaft in der Politik? Naja, sicher. Also was jetzt das Stichwort Transparenz anbelangt, zum Beispiel bin ich sehr dafür, dass man die Parteienförderung, aber auch die Fördergelder, die vom Staat verteilt werden, etc., viel genauer beobachtet und viel genauer dokumentiert wissen möchte, weil das einfach helfen würde. Wir haben sicher sehr viel Intransparenz, das Amtsgeheimnis, etc., das uns nicht gerade hilft, der Politik als einen transparenten Vorgang zu organisieren. Das wäre aber notwendig, wenn wir wegkommen wollen von Korruption, wie sie da angedeutet ist im Ibiza-Video. Genau, das ist ja, glaube ich, ein großes Problem. Inwiefern ist aber Korruption zum Beispiel für Sie Futter, für Ihre Gags und für Ihre Arbeit? Ja, alles, was schiefläuft, überall, wo Fehler passieren, ist natürlich auch gefundenes Fressen für den Satiriker. Ja, aber vor dem Hintergrund habe ich auch nichts dagegen, wenn ich arbeitslos werde. Verstehe. Naja, notfalls können Sie auf die Rune gehen. Eben würde ich dann dort weitermachen. Abschließend eine Frage, was kann man sich von dieser Late-Night-Show, die Sie ab Herbst machen, wenn Sie schon etwas verraten dürfen, erwarten? Ja, darf ich leider noch nichts verraten. Am besten dann ab Ende August, Anfang September meinen Facebook-Kanal verfolgen, die Öffentlichkeitsarbeiter des ORF. Wir starten dann Mitte September und ich hoffe sehr, Sie sind dabei. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer. Am Anfang ist es besonders hart. Ja, und wir verabschieden uns natürlich bei jedem Zuschauer persönlich. Also in diesem Sinne, alles Gute, noch eine schöne Wahl und bis bald. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!